Ich hab da doch gar nichts gemacht! Die Busfahrer in Berlin, die sind alle gestört. Ich glaub in Berlin ist es so, wenn der Knast voll ist, kriegst ein Bus. Männer onanieren immer. Zwei Gründe, Geilheit oder Langeweile. Eins ist immer da. Ich war in Thüringen in der Therme. Die hatte auch keine Brüste, das sah aus wie Kiwis in Socken. Mein Vater hat früher nackt neben uns gegrillt. Da fühlst du dich unwollend. Das heißt nicht mehr Schulveranstaltungen. Da steht Talentshow. Eine Rolle vorwärts zu machen? Mit sechs? Ich denke, das sollte möglich sein. Und danach kamen zwei kleine chinesische Jungs. Die haben Geige gespielt, als gänges um ihr Leben. Denn es ging um ihn nicht. Menschen sind kaputt. Gebäude sind kaputt. In Berlin sind Sachen kaputt, die sind noch nicht mehr eröffnet. Aber wenn sie nicht schkatzen können, können sie nicht mehr eröffnet. Und das kann sie nicht mehr eröffnet. Das ist mein Wohnzimmer in der Hinsen. Und absolut nicht mehr alsécur. Und wenn sie jetzt in unserem September winter waren es hier spiel. Vielen Dank.